Mach mir... Schauen wir uns jetzt Leipzig an? Nein. Warum... Warum bin ich eigentlich diesmal so schlecht? Weil wir beide Handicaps nicht gemacht haben. Äh, wir haben in Leipzig auch gespielt, du hast da Handicap drin und er keins und ich schon eins. Es kann doch nicht sein, dass der jetzt auch so... Ja, vielleicht wirst du schlechter geworden und er besser. Schon wieder. Ja, komm, das ist einfach, weil ich... ... nur sollten ein Spiel wäre. Kommt das an? Ist möglich, ja. Und dann lassen wir den Leipzig spielen, dann sollten wir ja wieder. Ich kann eigentlich mal ein Exkiss mit aufgehen, immer. Ist auch ein Milluker. Ja, mit aufgehen. Na, warum? Was zu? Na, warum? Und dann den ganzen Tag, dann gehen wir mal... Was? Gehen wir mal mit in die Schule? Nein, ja. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder nicht. Schon wieder nicht. Okay, dann... Dürfen wir ja gar nicht mitgehen, aber sonst hätte ich ja schon nicht mitgehen. Ja? Weißt du das? Ja, willst du... Da du dann halt nicht mehr... Ja, geh weiter jetzt. Ich hab jetzt viel Zeit. Ja, geh. Äh, mit... Time, 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 time. Wo willst du jetzt eigentlich kommen? Sandrosen? Ja, ein halber, sag ich mal. Ein halber, sag ich mal. Ein halber. Na, ja. Na, dann kann ich jetzt auch gleich... So haben wir es nicht gesehen. Nein, gleich kann es nur nicht gehen. Ja, was? Ich sag, wir auch nicht gesehen. Nein, du magst jetzt zwei, zwei Spiele in und nicht. Dafür geh mal doch. Na, nicht mal doch. Und ich geh mal anders spielen. Sniper. Das ist ja sobald wir deine Konsole tun. Ja. Das ist ja sobald wir deine Konsole tun. Ja. 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 Hey. Hey. Ja, weil... Weil es neid oder mitleid ist? Was? Wer, du? Habt ihr drin? Ja. Also mitleid, ja. Ja. Weil... Ja, weil... Ja, weil... Ja, weil... Das will jetzt sein. Schnelles Opfer. Schnell! Ja. Und weine. Ja, weil das noch eine Heidi-Welt ergeben hat. Ja... Wier... Ich. Was ist das? Was ist denn, das ist ein Bomb? Was ist denn, das ist ein Bomb? Es kann bei mir sein. Was ist denn bei mir das? Es ist ja. Was ist denn, was heißt, das ist bei mir das? Das ist, was. Ich hab heute geklappt. Nichtsleines. Okay. Ich geh mal auf. Was heißt, das ist wohl... Soll ich wissen? Ah, okay. So ein Mittlerester. Okay? Ja, das ist schön. Ist sogar in Ordnung. Halt doch mal, sag ich mal. Dann bist du eh scheiße im Snipern. Hast du gesagt, ich bin scheiße im Snipern? Nein. Lass mal allein, du kriegst da. Das ist grundsätzlich schlecht. Aber... Ich hab doch doch mal drauf. Dann haben wir's doch wieder. Ich hab doch nicht gesagt, dass ein Mittlerester schon noch raus ist. Ja, ich hab einen. Tohau. Tohau. Hallo. Warte, okay. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir ein Mittlerester. Könnt ihr gerne noch mal rein? Nein, bitte. ... 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 Was ist jetzt bald, Hansen? Welche ist das da? Zwei Mal, dass es g'scheit ist. Man schaut noch mal sicher gehen. Wo ist der Wichser da vorne? Ich hab' den Tag gesehen. Ich werd' irgendwo im Hell gehen. G'scheit Mach gleich viel mehr Spaß irgendwie. Wenn du's drin gehst. Für dich. Lässt sich streiten. Fichser! Fichsau! Fichsau! Oh, schug ich mir! Ah, so anschaut das auch! ... ... ... ... ... hoppen in der Löffel Bokosch das ist genial ja 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 Was machst du mit mir? 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 Ich mache nichts für dich. Das war der Tome, ich habe gesehen. Ich muss ihn jetzt töten. Ich muss ihn jetzt töten. Weil ich möchte ihn in mein Karriere werden. Und ich habe ihn für... Ich weiß, dass ich ihn nicht verstehe. Huh? Was machst du mit mir? Wer? Der da. Ach so, der? Wie groß sind unsere Granatenbicken? Manchmal aber nur manchmal hat das an's euch. Ein Moment. Ein bisschen haue gerne. Ein bisschen nötig. Ein bisschen nötig. Ah, die Typen. Was auf die Füße geht. Komm. Und zeig dich. Das wird auch wieder... ... ... ... ... ... ich bin mal vor mir. ... ... So eine, Das ändert zuviel, oder? Kann ich jetzt mal auf anderem zeigen? Ah, Tomto! Ah, ja, von da! Ja, rechts! Haft! Fast! Und fast ist dann fast! Na, fast heißt es irgendwann! Ja, bitte! Ja! Probablexing! Ja, da habe ich gedacht! Bestimmt schon immer! Weil, wenn du es gewusst hast, dass ich dich gerade sehe! Weil, wenn du es gewusst hast, dass ich dich gerade sehe! Weil, wenn du es gewusst hast! Aber die wäre ja komisch! Find' ich jetzt! Ab! Nein, das mache ich auch nicht. Abhauen, bringt es auch nicht wirklich jetzt. Ist das aber der Tom? Tom? Scheiße, ist das aber der Tom? Schlechtes halbwegs. Schlechtes halbwegs. Ja, du hast mich einmal mit dem Ding drauf fallen. Das ist doch unfair. Du machst jetzt ja schnaupern. Alle haben schnaupern. Du musst ja schnaupern. Ja, ja, ja. Und ich. Krieg die Prüsi. Weil ich wollte nicht mehr. weil ich vorrass. Ja, muss ich drunter gehen. Am Arsch hat der jetzt gestöhnt. Wollen Sie gehen noch nachher? Wollen Sie für uns eine Sammlung? Was? Sammlung? Also...